Hallo liebe Studentinnen, hallo lieber Student, wir machen nun eine Übung. Wir bleiben bei der Rektion der Verben und zwar den Verben mit zwei Akkusativobjekten. Ja, wir machen eine Übung, ich werde jetzt Marco fragen und Marco wird mir antworten. Hallo, hallo Marco, sind Sie bereit? Ich bin bereit. Gut, Nummer eins Marco, wie nennen dich deine Freunde? Meine Freunde nennen mich den Läufer Marco. Den Läufer Marco, du läufst gut, ja? Ich lauf viel, ja. Du läufst viel. Nummer zwei, wie heißen die Menschen das Böse? Teufel. Die Menschen heißen das Böse den Teufel. Die Menschen heißen das Böse den Teufel oder das Teufelische. Nummer drei, wie ruft die Mutter ihren kleinen Sohn, kleiner Liebling? Die Mutter ruft ihren kleinen Sohn ihren kleinen Liebling. Sie ruft ihn ihren kleinen Liebling. Nummer vier, wie schillt der Vater seinen Sohn, seinen faulen Sohn, Faulpelz? Er schillt ihn einen Faulpelz. Und Nummer fünf, wie schimpft der Käufer den Verkäufer? Der Getrüger. Der Käufer schimpft den Verkäufer einen Getrüger. Danke Marco, sehr gut.